Auf meinem neuen Kanal soll es in Zukunft rund um das Thema Aquaristik und Aquascaping gehen. Begonnen hat alles vor zwei Jahren mit dem Juwel Rio 180 und mittlerweile sind es 13 Becken, die ich pflege, in zwei Räumen. In dem heutigen Video möchte ich euch einen kleinen Überblick über meine 13 Becken verschaffen und mir bleibt nicht mehr viel zu sagen als ich bin André und das sind meine. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.